Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Freunde, wir sind im ersten Tag in Hamburg und wir starten jetzt mit einem kleinen, seriösen Frühstück. Nennen wir es mal so, Austern und Champagner. Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen, schön Hamburg. Guten Morgen. Das Frühstück, das ich schon seit drei, vier, fünf, sechs, sieben Tagen suche. Das ist auch irgendwo in mir so, weißt du, das Craving ist da. Hi, ich bin Dana. Wie geht's? Gut. Wie ist das Wetter? Sehr schön. Zeigst du uns heute die Stadt? Guten Morgen. Guten Morgen, Randy. Wie geht's? Wie geht's dir? Auch gut. Die Situation, dass du einfach zum Friseur gehst, ohne uns. Einfach am Morgen zurückkommst. Ich hab geschlafen, was soll ich? Und einfach mit einem frischen Cut kommst und wir sehen aus wie Pudel. Wie habt ihr das letzte Mal gemacht? Äh. Was? Wir sind gerade an diesem Eiswagen vorbeigegangen, ja. Der hatte einfach ein Soft-Eis und es wurde jetzt mit Schoko so, da war Schoko drauf. Also es war so ein, ich hab gerade, der ist vorbeigegangen, hat so reingebissen und so. Wir werden uns Eis holen. Guten Morgen, Chef. Das ist auch ein Scheiß. Darf man hier nicht filmen? Bin ich fotogen. Nicht? Ich auch nicht. Wissen Sie, was fotogenes ist? Ja, Eis ist fotogen. Darum geht's heute. Willst du auch ein Eis? Nein. Was nimmst du? Du nimmst wahrscheinlich das hier. Das ist kräftig Soft-Eis, ja. Oh. Alles ging schnell. Ich muss das mal sehen, wie das da rauskommt. Wow. Sehr schön. Lukas, ne? Dankeschön. Aber wolltest du nicht? Hält doch hoch. Also ich hätte gerne so eins. Auch ein kleines? Ja, aber mit dieser Schoko-Haut. Ja, mach zwei, sind sechs, bitte. Mach mal. Mach den Vogel auf, ich mach. Et voilà. Boah, es ist lecker. Danke. Ciao, mach's gut, Chef. Ich weiß nicht, ob mein Frühstück so startet, Freunde, aber es kam so von der Seite. Ich sage ehrlich, das musste man mitnehmen. Das hätte man nicht vorbeigehen lassen. Das war sexuell, bitte. Was? Nein, war es nicht? Boah, das Eis ist aber besonders gut, muss ich sagen. Probier das. Das war gerade sexuell. Welches besser? Ich will fast sagen, Lars. Ja, das ist nicht so eine wilde Schokolade, gell? Das könnte bessere Schokolade sein. Das Eis drin ist gut. Ich muss nur einmal probieren, so von der Seite zu fangen. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, diese Stadt ist schön windig, ist heute schön warm, das Wetter ist gut und sie sieht wunderschön aus. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein sehr großer Fan von Hamburg. Und ja, jetzt sind wir die nächsten fünf Tage hier. Wir werden ein paar Videos raushusteln, für mich und für den lieben Lukas. Und dann geht es auch schon weiter. Wir befinden uns ja gerade auf der Deutschlandtour, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich weiß, dass man einen Tag nicht mit so einem Eis startet, aber hin und wieder muss man sich auch was gönnen. Dieses Eis ist auf jeden Fall verputzt. Trotzdem sollen wir nicht vergessen, wir sind heute auf der Suche nach Austern und Champagner. Und wir haben auch direkt was gefunden. Wir befinden uns beim Fischspeisel und frischer Ausland steht auch direkt auf dem Schild. Was geht los? Die ich gerade herausgefunden habe, Champagner und Sekt gibt es nur in Flaschen, was aber nicht schlimm ist. Kann auch, wir sind zu viert, man kann schon mal eine Flasche zum Frühstück. Geht, oder? Ich verstehe die Frage nicht eigentlich. Das ist es, genau das ist es. Rewe Kuchen. Rewe Kuchen. Hier gibt es sogar Backfisch mit Pommes, das ist so Fisch und Chips. Wir hätten gerne zweimal diesen Gurkensalat bitte. Dann einmal den ausgebeizten Lachs mit Reibekuchen und Honigsen. Und diese. Und dann ist die Frage, was haben Sie für Ausland da heute? Die Heirische aus. Wie groß, wie klein sind die? Ah, das ist eine gute Größe. Also Sie haben eine Größe? Eine Größe. Okay, dann nehmen wir mal so acht von denen, oder? Zehn, acht Stück. Ein paar Sekunden später. Was sagst du hierzu? Sieht gut aus. Sieht gut aus? Ja. Halt, dann sag ich ja. Ihr könnt auch Holle mal nehmen. Auf jeden Fall, wir haben uns entschieden für eine Winzerhoch-Tee bringen, weißer Burgunder. Das ist ein bisschen eskaliert gerade, ich weiß. Wollte eigentlich nur jeder ein Glas. Aber bevor man sich jetzt, wenn sich jetzt jeder zwei Gläser bestellt, dann wären wir auch bei 36 Euro. Aber somit nehmen wir lieber die Flasche und dann starten wir schön, erfrischend in den Tag rein. Beim Gläser fixen. Wenn Sie den so... Nein, mag ich nicht. Ich kann das versuchen, aber dann der DFT ist weg. Ist zu schade. Aber ich kann ihn ja. Boah, da ist schon Druck drauf. Der wird doch fliegen. Ne, ne, ich lasse ihn nicht fliegen. Auf dem Loch im Schirm. Pop! Alter, verweiler. Schenkt man das auch so ein? Das sieht jetzt so aus, als würden wir jeden Tag so frühstücken. Tun wir auch. Tun wir auch, genau. Das läuft heute. Cheersi, miausi. Lari. Cheers. Boobeli. 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 Es ist soweit, Freunde, die Oyster kommt. Oh, let's go. Wow. Dankeschön. Sollen wir den mal ans Ende des Tisches gehen? Ja, bitte. Da du hier schon so schön eine rumgedreht hast. Darf ich anfangen? Auch sympathisch, dass Sie nur mit Zitrone kommen, ja? Das ist genau dein Ding, gell? Ja. Da haben wir noch drüber geredet. Einfach nur Zitrone. Guten Morgen, Hamburg. Auf euch. Die sind gemacht dafür, dass sie nur mit Zitrone isst. Leicht und spritzig. So, let's go, Mario. Ja, aber ich weiß nicht, wie das geht in diesem Auslösen. Einfach Auslösen, damit sie unten nicht mehr festhängt. Klar, ist das schon. Passt. Das war's. Bisschen Zitrone. And now slap that thing. Ich sag dir ehrlich, fühlt sich ein bisschen falsch an für mich. Sekt und Auslösen zu frühstücken, was ist denn? Sekt und Auslösen zu frühstücken, aber ist lecker, ja? Sieht aber gut aus, steht dir. Der seriöse Geschäftsmann. Kommen wir den, dann. Aber den Kohl hat es schon gesetzt. Bitte? Chill einfach, Randy. Benimm dich einmal. Als allererstes Tutorial. Lösen. Die Lemon hat Lukas schon komplett ausgegräßt. Es gibt eine wichtige Sache, das ist das hier. Gefühlt Stein mitgegessen. Kannst es nicht. Mario hat auch einen Stein mitgegessen. Boah, du beißt dir die Zähne raus. Was, wenn man die Steine runterschluckt? Ich glaub nix. Das Salz nicht allzu lecker aussehen wie, gell? Sind wir ehrlich. Das Salz auch so wird es nicht schmecken. Was ich sagen kann, ist, es schmeckt schon sehr lecker, finde ich, oder? Ja, das finden sie super. Ein bisschen klein, so, ein bisschen, ja, klein. So wie es sich gehört. Lachs mit Reibekuchen. Da kommen noch ganz andere leckere Sachen. Und zweimal Gurkensalat. 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 Mit Dill. Aber er ist süßer. Bisschen süßig. Der wird sehr lecker sein. Der muss lecker sein. Lachsig und gar nicht salzig. Mh. Sech ein halb Stunden später. Aber Rosmarin schmecke ich auch nicht. Was ich auf jeden Fall sagen kann, das ist verhältnismäßig ein sehr gesundes Frühstück eigentlich. Vor allem der Sekt. Auf jeden Fall, Freunde, wir haben aufgegessen, es war ein sehr, sehr starkes Frühstück. Was sagst du zum Frühstück? Es war lecker, man fühlt sich gut an, man kann gut in den Tag starten, oder? Einfach. Und das ist die Motivation, die wir auch haben, weil wir müssen heute noch arbeiten. Das war jetzt zwar auch Arbeit, sehr bequeme Arbeit, muss man auch mal sagen, aber Kuss geht raus. Und auch der Champagner, das ist kein Champagner, es ist Sekt, das ist die billigere Version von Champagner. Ein Ruhmarsch. Mundet. Er hat doch gesagt, er wird reinhauen, Alter, was nimmst du mich so eng bei meiner Hüfte, das fühlt sich sehr weird an. Ich will nur ganz kurz wissen, wie war das Frühstück? War gut. War gut. War gut. Also Leute, was ich sagen kann ist, es lohnt sich. Hin und wieder kann man sowas machen. Freunde, auf jeden Fall, was ich sagen kann, ist Fischbeisel, ich bin hier auch noch mit dem Food-Experten unterwegs. Ich sage dir jetzt meine Meinung, dann sagst du nur, ob du zustimmen kannst oder nicht. Ja. Es war schon schön, ich würde jetzt nicht sagen, hey, für Fisch und sowas musst du da hingehen. Sagen wir so, die Ausland waren es jetzt nicht so. Genau. Aber ich meine, die sind jetzt auch nicht für Ausland bekannt, deswegen gehe ich mal davon aus, dass, ja, die Ausland waren es jetzt nicht so, sagen wir so, aber der Lachs war lecker, der Reibekuchen war lecker, der Sekt war lecker. Aber es war trotzdem eine geile Experience und ich mag diesen Ort, diese Lagerhallen-Geschichte, so, dass man also in so einem Ding ist. Industriehafen. So sieht es aus. Tja, Freunde, danke fürs Einschalten. Kurz geht raus. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Verstoß. 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 Was ist das? Verstoß.